Ja gut, es geht weiter mit Pro Evolution Soccer und dem zehnten Spieltag. Und zwar gegen Klappbach. Ich muss mal schauen, wie der Stand der Dinge ist. Die Tabelle, die haben wir da. Und zwar stehen wir auf Platz 2 Schül von Bayern. Aber nur wegen der besseren Tordifferenz. Und Toppern ist erster. Wer ist letzter? Aue. Okay. Und wir spielen gegen Klappbach. Und zwar auswärts. Das heißt, wir spielen in Blau, gell? Und unsere Außenverteidiger sind nicht fit. Scheiße. Schöne Motto. Da darf Dickmeier rein. Und wer der aussehen. Aus der linken Seite ist hoffentlich. Jawohl. Ochs fit. Was sagt der Satzbank? Weiß da, ey. Da wäre Fernandinho. Und Andersson, der Brasilianer. Und nicht fit. Da wäre kein Trueball. Okay, und so starten wir. Da wäre vielleicht noch. Okay, ich bin grade. Und wir gehen. Und wir haben ja schon ein paar Jahre. Okay, ich bin ja. Ja, danke. Ja, danke. Ich bin ja auch. Und wir hören uns. Okay, Borussia Mönchengladbach, der Horn gegen den Hamburger Sportverein. Ich weiß gar nicht, wie Klapp auch in der Realität dran ist. Der H. ist da auf jeden Fall beschissen dran. Die stehen nämlich aktuell auf dem Platz, auf dem 17. Platz, gell? Abstiegsplatz. Scheiße. Okay, geklärt. Also Hamburg ist auf dem Weg in die 2. Liga in der Realität. Das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Chamberlain. Mascherano. Sissoko. Und es gibt Einwurf für uns. Jetzt haben wir den Hamburger erst in den Tränen rausgeworfen, gell? Ich weiß gar nicht, wie es da gehabt hat. Von Marweig oder so. Haben sie gefeuert. Wenn das Glammste neu gemacht ist. Mal bezweifeln. Mascherano. Und Ochs. Okay, geklärt. Chaka. Schweizer. Ja, gescholpert. Und die fängt Pfeifern. Scheiße. Die Pfeifern. Die machen Dramatik draus. Dominguez. Dominguez. Schaut gar. Kann schießen. Macht er nicht. Hermann. Kruse. Der wollte es so schön machen. Nochmal. Immer noch Klappbach. Und Adler. Und in der Realität tut er einige Fälle machen, gell? Der batzt ganz schön zurzeit. Den Flattern wahrscheinlich die Nerven. Bei mir noch nicht. Hat er schon rausgeflogen. Und deckt er schon seit Klappbach. Das war der Pfosten von Kruse. Haben wir Glück gehabt. Scheiße. Nach 30 Minuten wird das fast die Führung winnen für Klappbach. Hermann. Und wir kommen gar nicht zum Zug, gell? So, die Klappacher. Der Junge. Und Adler. Zum Glück. Und Chamberlain. Der ist schneller. Jawohl. Chamberlain. Immer noch Chamberlain. Und die erste Torstelle für uns. Es war die erste Torstelle. Es geht aufwärts. Und Sissoko. Es geht aufwärts. So. Und ich komme zum Jubel. Und ich gehe für Hamburg. Und ich gehe aufwärts. Ja, wird weit. Wobei, die ist gut gekommen. Die ist gut gekommen. Die Jungen. Und Hermann, abseits. War abseits. So, der Kapitän. Sisoko. Und, er wischt er nicht. Hermann. Arango. Auf Chaka. Wendt. Gibt einen, wo er uns war. Für uns, gell? Für uns. Capitano. Wieder Mascherano. Und, da bleibe ich hängen. Jawohl. Ranocchi erklärt das. Eine sichere Bank. Da hat der Lena. Und, wieder mal abseits. Und zwar für Gladbach. Wobei das knapp war, gell? War knapp. Und, es steht noch fast 30 Minuten, immer noch 0-0, gell? Stehen Sie nach beiden Seiten. Leckt jetzt der Gruse. Ganz gerade. Super. Super gut, von der Adler. Super gut. Campbell. Wird vielleicht der Konter her? Ja gut. Wird dann laufen. Den fahlen sich gelaufen nicht. Hey Mann. Chamberlain. Sissoko und Campbell erwischt den. Nicht gehen. Auch schön. Der Verteidiger los den Bründer nicht mehr. Aber Ter Stegen. Auf Zack. Der Jung. Verlitten. Wie genauso. Scheiße. Was treibt auchste hinten? Alter Schwäche. Wieder Klappe auch. Verlitten. Sissoko. Jawohl. Hat ihn noch. Er fahre ihn so sehen. Und Campbell. Tschö. Campbell. Scheiße. Ter Stegen hat ihn noch erwischt. Ranokia. Er hat einen Einsatz. Er hat einen Einsatz von Italiener. Mittel zum Zweck. Er hat einenет. Der Klapper erklärt. zum Einwurf. Was war das jetzt? Hermann? Lassoga! Was, Allo? Da haben wir noch nicht gerechnet, gell? Lattenschuss. Tschaka! Da sollte man abpfeifen. Gut, das macht er. Und es steht zur Halbzeit 0-0. Schauen Sie nach beiden Seiten. Zuerst war knapp auch besser. Danach sind wir gekommen, aber nichts drauf, außer Allo. Was kann ich? Durch und außer. Oh, da ist er los. Was er drin hat. Vielleicht muss er ran aus, aha. Tut auf, ja. Triple line. Kapitän, gut. Adler. Okay, Anschluss. Zur zweiten Halbzeit. Und bisher noch 0-0. Aber auch, das möchte ich noch ändern. Wenn möglich. Janschke. Hermann. Der Junge. Der ist mal nicht gewechselt, oder? Könnte sein. Nach England. Oder so. Arango. Wieder der Junge. Scheiße. Und Riesenschanze. Für die Klopper. Der Kruse, gell? Das Spiel bleibt offen. Sissoko kann sich nicht durchsetzen. Dafür hat Dickmeyer. Scheer. Und schon war er. Sehr auffällig, gell? Gegen Atletico Madrid. Totall geschossen. Und wieder Ochs. Scheiße. Kruse. Der kämpft wie nochmal was, gell? Der Kruse. Magst du es wissen. Okay. Und Sissoko. Der ist ja ziemlich beweglich, eh. Selten der Fall. Na sogar Scheiße. Dafür gibt es die zweite Ecke. Mal schauen, ob ich die nochmal so gut reinbringe. Ungefähr so. Ja, war nicht schlecht, eh. Wieder Scheer. Mal schauen, ob ich die zweite Ecke habe. Und Tüboi. Und beide Torwärter, gell? Ohne Fehler bisher. Und beide Torwärter, gell? Ohne Fehler bisher. Und die zweite Ecke. Und die zweite Ecke, die zweite Ecke, die zweite Ecke, die zweite Ecke haben, wenn ich die zweite Ecke habe. Aber da fahre ich wechseln. Und zwar durch Campbell Auster und es kommt dafür, Moment, natürlich kommt Ikadi. Hat man im letzten Spiel ebenfalls verteilt geschossen? Da kommt hin hier. Lassoga, scheiße, nicht die Turschans. Schär. Ja, gibt's das, oder wie? Jawohl, ist drin. Lassoga macht das. Es wird Zeit nach unzähligen Schanzen, gell? Der war gut geschossen von dem Schär. Aber noch ein bisschen verteidigt. Und dann kommt er zum Schuss, Lassoga. Er lüpft ihn über den Torwart. Und das bedeutet, Hamburg fiel jetzt gegen Gladbach. Ja, der ist wegfallen. Und es gibt gleich eine Gelbschule. Gegen, ich meine, das war Dickmeier. Oder? Ah ja, Dickmeier. Oh Gott, schön. Ein Fall im Scharfraum. Zum Glück von 11 Meter. Oder Nokia. Da ist Ikadi. Chamberlain. Und Ochs fangen noch. Lassoga. Scheiße. Immer noch ernst, gell? Der hat der da. Oh, der hat der da hüpfeln. Moment. Mo, gell? Und zwar, oh, mit Erwinno. Und es geht. Dickmeier rüber, oder? Geht der rüber. Wobei, durch Chamberlain rüber. Was gar nicht. Gehen durch rüber. Es kommt glauben. Und Wendt. Chaka. Dominguez. Nordfeit. Janschke. Hilfos. Wer startet? Kokona. Wo ist denn die Kadi? Kumpel. Was war das? Bitte mir das verraten. Ja, Mann. Und Ochsorten, gell? Lassoga. Scheiße. Und das dauert? Nichts, gell? Scheiße. Ich hab' den verloren. Gell. Wendt. Kruse auf Chaka. Und, wer klärt das? Kokona. Scheiße. Hallo. Der nächste Pfostenschuss. Von den Klappbachern. Langsam aber sicher haben sie ein Tor für Linke. Im Grunde haben sie sich ein Tor für Linke. Bei den Klappbachern geht Kruse rüber. Und es kommt Raphael. Kruse war erfolglos. Was war das? Janschke. Und die Klappbachern lassen sich Zeit so. Okay, sie liegen hinten. Und springen hinten mittelig durch ihre Reine. Das ist super. Ich kann ich. Was tue ich? Tschö. Tschö, wohl. Ich hab' ja nicht das dreimal. 2-0. Der Hotler sogar sehr lang wart. Nochmal. Es war La Suga. Und er trippelt und trippelt. Und dann gibt er zurück auf Tschöboll. Und der lässt einfach mal in den Hubschiff. Raphael. Was macht er? Bus. Tschö. Und. Gabe. Gegen den Schweizer Duru. Gegen den Rempler. Schauen sie für die Klappbachern. Und sie machen es nicht, gell? Und es gibt noch vier Minuten Reif. Nachschlag. Jawohl. Was kein Pfeifer. Auf hier. Aber das war Hauptsatz. Und zwar von. Weiß nicht. Na Suga. Und ich kann die Stadt nicht. Der Argentinier. Der mag auch noch nicht. Macht's nicht. Die Socke an. Der ist drin schon. Das Ding ist drin. Scheiße. Aus dem Nichtshauser. Was macht denn Ter Stegen eigentlich? Er schaut zu wie der Bullen reinfällt. Nochmal. Da kriegt er die Socke an Bullen. Und dann wird er von einem Klappbacherbind drängend. Den schießt einfach. Und dort habe er der Depp. Steht weit heraußen. Scheiße. Er hat wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt. Okay. Er fährt ab. Und wir gewinnen. Verdient mit 3 zu 0. Weil Klappbacherbind auch sehr uninfektiv gespielt hat.